Hallo zusammen, ich bin Patricia, ich mache meine Lehre als Detailhandelsfachfrau Automobil After Sales bei Mercedes und wie ihr gehört habt, ist gerade auf meine E-Mail eine Bestellung gekommen und die gehen wir jetzt zusammen bereit machen. Wieso habe ich die Lehre ausgewählt? Seit ich klein bin, bin ich sehr gerne mit meinem Vater in der Garage und darum habe ich auch Interesse an Autos. In meiner Zukunft wünsche ich mir Kundenberaterin werden, daher dass ich den Kundenkontakt sehr gerne habe. So wie ihr seht, habe ich jetzt Teile bereit gemacht. Ich werde jetzt unserem Chauffeur anrufen, ob er gerade Zeit hat, es unserem externen Kunden zu liefern. In unserem Alltag machen wir nicht nur Teile für unsere externe Kunden bereit, sondern auch für unsere Mechaniker aus der Werkstatt. Ich habe hier jetzt auch schon meinen nächsten Auftrag bekommen und wir schauen jetzt zusammen, wie lange ich brauche, um diese 5 Teile bereit zu machen. Wenn dir der Einblick in den Beruf gefallen hat und du denkst, du kannst es auch so gut, dann bewirb dich doch jetzt bei Mercedes. Und wenn du das bist, dann wirst du ein bisschen mehr vind. Und wenn du jetztсаëlst, der ärgerst, was sicherlich, wird es auch so gut, ich glaube nicht, dass es zu sagen ist, dass du den Berufواährten kann, wo du, was jetzt immer mehr so gut ist, so richtig. Und du bist, du bist, du bist. Und du bist, du bist.